Die 3A-Klasse der Volksschule St. Nepopo! Ja! Jeder Urlaub ist genial auf seine Weise, aber am allermeisten eine Klassenseise! Ich mache wirklich sehr gerne Schulausflüge und mit euch ganz besonders gern. Das kann ich aber, wenn ich mich auf euch verlassen kann. Ich sag nicht, ich hab Hunger! London, ist so schlecht. Übrigens, WLAN gibt's hier auch nichts. Irgendwohl bei den Schuhen, sogar bei der Drehung, das hab ich doch nicht geschafft. Ich bei dem nächsten Verschoß, da ruf ich deine Eltern an. Ich muss ja wohl die Ritz der Mosleiter. Ich bin hier die Peterbogische Vollzeitkratzer und ich rettiere. Ja, und du wirst erzogen! Ach, der Wahnsinn müsste man werden. Kind sein das Schönste auf der Erde. Jetzt hab ich nur eine Frage. Wer war das? Ich! Wie bitte? Hä? Ja, ich hab das Jungfollfettisch-Schuhe getan. Als ich gesagt hab, dass ich hier keine Freunde hab, da hast du gesagt, hallo hier. Also ich weiß ja nicht nur du hierherkommst, aber bei uns darf man so viele Freundschaften haben, wie man will und Freunde haben zusammen Spaß. Ist klar, so gut ja. Na ja gut, wir haben jetzt erstmal jede Menge Stress. Aber mit dir Stress haben, das ist besser als mit anderem Kindergeburtstag. Ja klar, Jana, wir haben den ja ein bisschen geschafft und den Rest schaffen wir auch noch. Bei dem Kalu auch, du musst dich allein. Denn alles ist viel schöner, wenn wir sein. Freundschaft ist der große Punkt. Der kommt auch nicht zu mir, kommt ihr zu uns.